Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Thoughts2Go. Ich bin Lena und ich freue mich schon riesig auf die heutige Folge, da ich heute wieder einen Gast bei mir habe. Und zwar Katharina. Vielleicht kennt ihr sie schon von ihrem Instagram-Account bzw. von ihrem Blog TastyKaty oder auch von ihrem Podcast Natürlich Gesund. Und Katharina ist Yoga-Lehrerin, ganzheitliche ayurvedische Ernährungsberaterin und auch noch Beraterin für Darmgesundheit. Ich folge Katharina schon richtig lange und habe dadurch auch Ayurveda kennengelernt, was ich richtig, richtig spannend finde und was mir auch geholfen hat, manche Seiten an mir, manche Dinge an mir einfach besser zu verstehen. Und ich finde das einfach richtig, richtig spannend. Deshalb dachte ich, dass ich da unbedingt eine Folge dazu machen muss, weil ich einfach finde, dass noch mehr Leute vielleicht von Ayurveda erfahren sollten, die Ayurveda noch nicht kennen. Und deshalb freue ich mich total, dass Katharina heute hier ist. Sie wird euch mehr darüber berichten, so eine Einführung geben, dann auch Tipps geben, wie man mithilfe von Ayurveda besser durch die kalte Jahreszeit auch kommen kann und auch generell so ein bisschen von ihrer Geschichte mit Ayurveda erzählen, wie sie dazu gekommen ist. Ich finde das auch immer richtig spannend zu hören, weil Ayurveda ja nicht etwas ist, mit dem sich so jeder Mensch beschäftigt. Deshalb finde ich es auch immer spannend, da die persönliche Geschichte zu hören. Genau, und natürlich auch noch viele weitere Dinge. Ich bin mir sicher, dass ihr viel Neues aus der Folge für euch mitnehmen könnt und ich wünsche euch jetzt ganz, ganz, ganz viel Spaß beim Hören. Hallo Katharina, freut mich total, dass du heute hier im Podcast bist. Ich frage immer alle Gäste ganz am Anfang, ob sie sich in drei Worten ganz kurz beschreiben können, so damit halt alle so ein bisschen den allerersten Eindruck so bekommen von dir. Also, welche drei Worte beschreiben dich am besten? Ja, hallo erst mal, erst mal vielen Dank für die Einladung in deinen Podcast. Ja, das ist ja eine ganz einfache Frage zu Beginn. Ich würde sagen, also was mir zuallererst einfällt, ich würde sagen, ich bin ein sehr offener Mensch und versuche das auch wirklich immer wieder in mein Leben zu integrieren, dass ich sehr wertfrei durchs Leben gehe. Und aus dem Yoga kennt man das auch so ein bisschen, so den neutralen Geist auch versuche zu bewahren und ja, so ein bisschen mit einem offenen Herzen durch die Welt gehe. Dann würde ich sagen, ich bin ein sehr mitfühlender Mensch, ein zu Wort mitfühlend und zielstrebig. Also, wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe, dann erreiche ich das auch. Voll schön. Du hast es jetzt ja schon angesprochen, also die Offenheit auch in Kombination mit dem Yoga, das spielt ja bei dir eine große Rolle im Leben. Kannst du jetzt vielleicht nochmal dich ein bisschen genauer vorstellen und dann auch so ein bisschen erklären, was du so machst? Gerne. Ja, mein Name ist Katharina Dörrich. Die meisten kennen mich unter Tasty Katie, weil ich seit fünf Jahren den Blog Tasty Katie habe, wo sich alles rund um die Themen ganzheitliche Gesundheit, Darmgesundheit, Ayurveda, Achtsamkeit, Yoga und vieles mehr dreht. Und das alles ist daraus entstanden, weil ich in meiner Vergangenheit viele gesundheitliche Beschwerden hatte, also viele Verdauungsbeschwerden. Ich hatte lange Gelenksbeschwerden an der Hüfte, chronisch auch ein Tinnitus und Neurodermitis. Und mir konnte damals nie so wirklich jemand helfen. Und man muss dazu sagen, zu der Zeit waren einfach die ganzen Themen vegane Ernährung und glutenfrei und das alles, das war einfach noch nicht so verbreitet, wie das jetzt der Fall ist. Und meine Eltern sind mir damals von Klinik zu Klinik, von Arzt zu Arzt und irgendwann mal nach langem Suchen, wo es mir gesundheitlich schon ziemlich schlecht ging, sind wir dann mal zu einem Heilpraktiker, der auch ein TCM-Arzt ist oder war. Und der hat mich dann nochmal so ganz anders, ganzheitlich angeguckt. Da hatten wir dann auch eine Stuhlprobe gemacht, so ganz einfache Dinge eigentlich. Aber da ist dann einiges bei rausgekommen. Und vor allem wurde mir da das erste Mal so richtig klar, welche Auswirkungen die Ernährung auf unsere Gesundheit hat. Und ich habe dann damals, weil das in mir wie so ein kleines Feuer entfacht hat, das habe ich ganz viel angefangen auszuprobieren. Weil, wie gesagt, vor ein paar Jahren war das einfach noch nicht so mit dem ganzen, mit den verschiedenen Ernährungsformen auch. Und so ist das dann entstanden, dass mein Umfeld, vor allem mein Freund, der war derjenige, der dann gesagt hat, ich soll doch einen Block starten. Und das habe ich dann auch irgendwann gemacht. Und das ist dann langsam gewachsen. Und eigentlich bin ich Grundschullehrerin und habe damals auch noch Lehramt studiert und wusste aber dann am Ende vom Studium, ich kann damit auch was beruflich machen und habe dann eine Yoga-Lehrerausbildung gemacht und eine Ausbildung als ayurvedische Ernährungs- und Gesundheitsberaterin, Beraterin in Darmgesundheit. Und aktuell studiere ich auch nochmal Ernährungstherapie. Genau, mittlerweile mache ich das alles hauptberuflich. Und letztes Jahr ist auch mein erstes Buch rausgekommen, Modern Ayurveda. Und ja, also ich glaube, das war es erstmal. Ja, also auf jeden Fall richtig, richtig viel, was du jetzt machst und du hast total viel Erfahrung auch schon damit dann. Und du hast ja schon erzählt, so ein bisschen, wie du dann zum Ayurveda gekommen bist, eben wegen deiner gesundheitlichen Beschwerden und so. Und Ayurveda ist ja ein riesengroßes Thema. Also da könnte man bestimmt tagelang darüber reden. Aber wenn du jetzt jemandem Ayurveda erklären müsstest, der halt noch nie davon gehört hat, wie würdest du es ihm dann so näher bringen? Also im Ayurveda, erst mal das Wort Ayurveda, da stecken zwei Wörter drin, und zwar Ayu und Veda. Und das bedeutet übersetzt das Wissen vom Leben. Das heißt, Ayurveda ist ein Medizinsystem, was wirklich das Wissen aus den verschiedenen Lebensbereichen vereint. Und wenn man Ayurveda verstehen möchte, dann sage ich immer, möchte man verstehen, wie der Mensch in Abhängigkeit von der Natur funktioniert. Das heißt, wir leben in Abhängigkeit von der Natur. Das heißt, wir brauchen auch die Natur, um zu überleben. Nicht andersherum, weil die Natur braucht uns eigentlich nicht. Wir sind auch ein Produkt aus der Natur. Und so schaut der Ayurveda den Menschen sehr ganzheitlich und sehr individuell an. Und sobald wir aus unserem natürlichen Gleichgewicht geraten sind, gilt es auch wieder mehr, zurück zu den Prinzipien von der Natur zu gelangen, um wieder in das natürliche Gleichgewicht zu kommen. Und da spielen auch die verschiedenen Doshas, also die verschiedenen Bioenergien eine große Rolle, ja, die verschiedenen Konstruktionstypen. Aber man muss sich da gar nicht so drin verlieren. Also es geht, wie gesagt, hauptsächlich um diese Rhythmen, diese Zyklen der Natur. Ja, man hat schon ganz viel Ayurveda integriert, wenn man anfängt, mit seinem Körper zusammenzuarbeiten, auf die Bedürfnisse vom Körper zu hören, bei der Ernährung so ein bisschen nach der Saison zu gehen. Ja, was gibt es denn gerade da, wo ich lebe, in der Natur? Und das ist schon ganz viel Ayurveda. Und obwohl das aus Indien kommt, das ist das älteste Medizinsystem, was es gibt. Also ungefähr, ja, sehr viel älter als 2000 Jahre wird das geschätzt. Und obwohl das wirklich so alt ist und aus Indien kommt, kann man es aber trotzdem auch hier in Deutschland wunderbar anwenden, weil das sind so universelle Prinzipien. Ja, also richtig, richtig spannend. Das heißt, dass ganz viele Leute, die, sage ich jetzt schon mal, ein bisschen achtsamer leben, dass die eigentlich schon Ayurveda praktizieren, ohne dass sie vielleicht davon wissen. Ja, auf jeden Fall. Also ich sage auch immer, mein Opa zum Beispiel, der 94 geworden ist, der hat auch, ohne dass er wusste, er lebt jetzt irgendwie ayurvedisch super viel Ayurveda gemacht, weil er seine festen Rhythmen hatte, so viel auch mit der Natur zusammengelebt hat, immer nur saisonal gegessen hat und hat gesagt, also es war wirklich super viel Ayurveda, was er ja zum Beispiel gelebt hat. Und so ist es bei vielen Menschen. Oft kommt man auch übers Yoga zum Ayurveda, weil Yoga ist wie so eine Schwesternwissenschaft vom Ayurveda. Und dadurch findet man dann auch so ein bisschen die Berührungspunkte. Deswegen ist es mittlerweile dann auch recht bekannt und wird auch immer bekannter. Und ganz viele Dinge, wie zum Beispiel, dass wir jetzt heutzutage wissen, dass Kurkuma so eine entzündungshemmende Wirkung hat, und jetzt ja auch mittlerweile Studien so da sind und das auch wirklich erforscht ist. Aber der Ursprung liegt im Ayurveda. Da setzen wir schon seit ein paar tausend Jahren Kurkuma bei Entzündungsprozessen ein. Das sind so einfache Dinge. Oder auch dieses Ölziehen. Also viele Dinge, die jetzt auch so in diesem ganzen Detox und so weiter bekannt sind, die kommen ursprünglich aus dem Ayurveda. Richtig, richtig interessant. Du hast es vorhin ja schon kurz angesprochen, die Zyklen und die drei Doshas. Kannst du die kurz erklären? Also Doshas, das sind Bioenergien. Und die sind in allem, was Materie hat. Das heißt, wir finden die sowohl in der Natur als auch in uns Menschen. Also wenn wir jetzt die Natur angucken, dann gibt es in jeder Jahreszeit ein Dosha, das da überhand nimmt, das da wirklich vorrangig ist, das da sehr dominant ist. Jetzt momentan befinden wir uns im Herbst-Winter. Das heißt, hier sind wir in der Vata-Zeit. Vata setzt sich aus den Elementen Äther oder Raum und Luft zusammen. Das heißt, es ist sehr luftig leicht und bringt auch viel Wind mit sich. Und Wind bringt oft viel Kälte mit sich und auch Trockenheit. Und das ist jetzt eben gerade der Herbst und Winter. Dann haben wir den Frühjahr. Das ist die Kaffa-Zeit. Ja, da ist einfach mehr Feuchtigkeit in der Natur. Alles wacht so ein bisschen auf, fängt dann zu blühen. Wir haben aber auch mehr schwere, ja, Stichwort Frühjahrsmüdigkeit, was viele kennen. Das merken wir dann im Frühjahr auch, einfach weil da viel Kaffa, viel von diesen Elementen Erde und Wasser vorhanden sind. Dann im Sommer haben wir die Pita-Zeit. Das ist viel mit dem Element Feuer verbunden, also die Hitze, die wir draußen haben. Und ich hatte es ja gerade schon gesagt, das heißt, den Doshas, den drei Bioenergien, werden immer Elemente zugeordnet. Ja, wir kennen ja alle fünf Elemente und die werden den Doshas zugeordnet. Und wie gesagt, wir finden die Doshas in der Natur, wir finden die Doshas aber auch in unserem Körper. Und in jedem von uns sind alle drei Doshas vorhanden. Ja, wir haben die alle, alle drei Doshas. Was aber hier praktisch den Unterschied zwischen dir und mir zum Beispiel macht, ist, dass jeder hat Doshas zu einem unterschiedlichen Anteil in sich. Und so habe ich zum Beispiel jemanden, der viel Water in sich trägt. Ja, wenn ich jetzt jemanden vor mir habe, der viel einfach von diesem luftig, leichten, also von diesem Luftelement, von dem Raumelement, ja, dann ist das von Natur aus meistens eine Person, die sehr schmal ist, die eher mal kalte Hände, kalte Füße hat, die viel friert, weil man einfach viel von diesem Luftelement einfach dabei hat. Und die, ja, die so ein bisschen eher auch mal dazu neigt, eher abzunehmen, als zuzunehmen. Die, wie gesagt, gerade dieses Frieren, das ist so ein typisches Zeichen für viel Water, die in der Verdauung, wenn man sich viel Luft vorstellt, ja, auch eher mal zur Blähung und im Blähbauch neigt, die aber auch gleichzeitig viel Kreativität hat, ja, viel Lebensfreude vielleicht auch, die die Abwechslung liebt. Ja, man kann sich das ein bisschen vorstellen wie so einen kreativen Künstlertyp auch. Dann haben wir den Pita-Dosha. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, Pita haben wir im Sommer viel wegen dem Element Feuer, wegen der Wärme. Und das kann man sich auch vorstellen, wenn man jetzt jemanden vor sich hat, der einfach viel Pita in sich trägt. Das heißt, überspitzt gesagt, kann man sich da jetzt ein bisschen so einen Managertyp vorstellen. Jemand, der schon ein bisschen mehr Hitze in sich trägt. Die Hitze macht sich natürlich auch bei der Temperatur bemerkbar. Das heißt, wir alle kennen jemanden, dem ständig warm ist, der auch im Winter mit einem T-Shirt rumlaufen kann. Und das ist schon ein Zeichen dafür, dass man recht viel Pita in sich trägt. Pita ist auch im Geist. Das heißt, man hat dann viel dieses Zielstrebige, dieses Diszipliniertsein, das Selbstbewusste, das vielleicht auch gerne vor Leuten reden, ich sag mal so ein bisschen so eine Gruppe und dann teilweise auch so ein bisschen anführen. Ja, das steht so für Pita. Und dann haben wir Kapha. Und Kapha haben wir, habe ich vorhin schon gesagt, das haben wir viel auch im Frühjahr. Das heißt, wir haben hier zwei recht schwere Elemente, Erde und Wasser. Und Kapha steht so ein bisschen für dieses Stabilitätsprinzip. Ja, das heißt, es bringt viel, so ich sag mal, dieses mütterliche, geerdete, liebevolle, das meiste ist eine sehr gute Vertrauensperson. Vom Körper her, aber auch jemand, der eher dazu neigt, auch schnell zuzunehmen, ja, der deutlich mehr Kurven auch hat. Und die Haut ist meistens auch eher, weil man sich vorstellen kann, die hat dann auch viel Feuchtigkeit, einfach von dem Wasser- und Erde-Element. Das heißt, die glänzt auch mehr, neigt auch eher mal zu so einer fettigen Haut. Und so ist es aber wirklich so, dass wir alle drei Doshas in uns haben, jeder aber zu einem unterschiedlichen Anteil. Und die meisten von uns sind Mischtypen. Ja, also das heißt, das ist unsere individuelle Konstitution. Und wenn man zum Beispiel viel Pita und Vata in sich trägt, dann sagt man, man ist Pita Vata. Ja, wenn man jetzt viel Kapha und Vata in sich trägt, dann sagt man, man ist Kapha Vata. Ganz selten passiert es auch mal, dass man, dass jemand eine Tri-Dosha-Konstitution hat. Das heißt, dass man von allen drei Doshas den gleichen Anteil in sich trägt. Das ist aber eher selten. Ja, die meisten von uns sind, sind Mischtypen. Und ab und zu haben wir auch mal so jemanden, der wirklich, ich sag mal, zu 80 Prozent Vata in sich trägt und dann nur zu 10 Prozent Pita und Kapha. Und dann redet man von einem reinen Vata-Typ, weil das Vata-Dosha einfach so dominant ist. Und um diese Doshas richtig zu verstehen, dann gibt es immer so einen Satz im Al-Jubilä, den ich sehr gerne sage. Und zwar, Gegensätze gleichen sich aus. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel jemand ist, der viel Vata in sich trägt, das heißt viel Kälte, dann braucht der Typ zum Beispiel jetzt einfach mehr wärmende Dinge. Und so kann man das auf alle anderen Prinzipien auch übertragen. Ja, richtig, richtig spannend. Also als ich das erste Mal von diesen Doshas gehört habe, da hat mir das auch so ein bisschen geholfen, sag ich jetzt mal, mich zu verstehen, weil ich bin jemand, ich neige total zu kalten Füßen und Fingern. Ich habe auch ganz oft so violette Fingernägel und Zähne, aber das fällt mir halt gar nicht auf. Das ist für mich normal. Und ich kann mich noch erinnern, als ich so 15 war, da ist meiner Mutter das mal aufgefallen, weil ich stand so am Heizkörper im Winter und hatte trotzdem so lila Fingernägel. Und da meinte sie, du musst unbedingt zum Arzt, das ist nicht normal und so. Aber der Arzt, der meinte dann, das ist halt nicht so schlimm. Und ich finde es halt mega spannend, weil ich habe halt noch zwei Schwestern und bei einer würde ich auch sagen, also wir sind schon alle Mischtypen, aber ich würde sagen, so bei mir überwiegt Vata, bei der einen überwiegt halt Pitta, weil die ist so richtig der Klassensprecher-Typ, also der auch das Selbstbewusstsein hat, auch mal so gegen den Strom zu schwimmen, auch mal bei den Lehrern was zu sagen und auch generell dieser feurige Typ in Diskussion und so. Und die eine ist halt wirklich so die Ruhe selbst, die ist wirklich der entspannteste Mensch, behaupte, die sagt auch immer so, mir Lena, chill mal und so, komm mal runter, das wird alles gehen, mach mal locker, dass es einfach so auf dich zukommt. Und ich finde das einfach richtig, richtig interessant. Ja. Wie kann man jetzt, weil du meintest ja schon, Gegensätze ziehen sich an, wie macht man, oder gleichen sich dann aus, wie macht man das dann, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich bin ein Mensch, der viel Vata, sag ich jetzt mal, in sich trägt, aber ich muss ja wieder in dieses Gleichgewicht finden, wie macht man das dann? Ja, also wenn wir das jetzt wirklich mal an dem Vata-Dosha, wenn wir zum Beispiel jetzt dich als Beispiel nehmen, und du hast ganz viel Vata und was ich ganz oft erlebe, dass ich in den Beratungen jemanden vor mir sitzen habe, also wo ich schon direkt sehe, ich habe ja dann mal eine spezielle Frage, wo ich dann, ich sage, so eine Art Konstitutionsanalyse dann auch mit den Leuten mache und dann sehe ich schon, der hat super viel Vata und dann wird mir erzählt, dass sie sich aber sehr gesund ernähren, das heißt, sie trinken jeden Morgen einen Smoothie mit gefrorenen Bananen, mittags ganz viel Salat und diese schönen Bowls, die mittlerweile ja auch sehr innen sind mit ganz viel Rohkost und zwischendurch gibt es Reiswaffeln und am Abend gibt es dann noch mal einen Salat und Rohkost. Das klingt jetzt erst mal super gesund, aber das ist nicht das Richtige für den Typ, weil der verstärkt sein Vata nur noch mehr, weil das ist kalt, das ist trocken, das ist einfach nichts, was irgendwo dem Energie spendet, ja, das heißt, Vata-Typen neigen auch eher zu so einem wechselhaften Verdauungsfeuer, also hier reden wir vom Akni, von der Verdauung und das heißt, mal hat derjenige wahrscheinlich sehr viel Hunger und fühlt sich super und kann Dinge gut verdauen und dann ist es wieder so, dass man von allem irgendwie Blähbauch bekommt und eher zu Bauchschmerzen und Blähungen auch neigt oder zu Verstopfungen und wenn der jetzt weiterhin seine eiskalten Sachen die ganze Zeit isst oder zum Beispiel auch ein Leben hat, wo er viel fliegt, viel unterwegs ist, viel in der Luft auch praktisch ist und viel Unruhe im Leben hat und weiter einfach die Unruhe insgesamt verstärkt und keine Tools zum Stressmanagement, zur Erdung, also zu mehr Kaffer praktisch im Leben hat, dann wird es irgendwann auch zu Vata-Beschwerden kommen, das heißt, das Vata-Dosha geht irgendwann durch die Decke, das heißt, es gibt Verdauungsbeschwerden, es gibt dann vielleicht auch ein Tinnitus, es gibt ständiges Frieren, es kommt zu starken Gelenkknacken und Gelenkschmerzen, das sind alles Dinge, die mit dem Vata-Dosha in Verbindung gebracht werden und was wir jetzt hier brauchen, ist mehr Dinge, die wärmende Eigenschaften haben, im Ayurveda teilen wir nämlich Lebensmittel nicht so, wie wir das hier in der Schulmedizin ganz klassisch kennen, also mit Kohlenhydrate, Proteine, Fette und halt die Mikronährstoffe, die sind auf jeden Fall auch alle wichtig, gar keine Frage, aber im Ayurveda schauen wir Lebensmittel so ein bisschen anders an, also wir gucken da die Eigenschaften an, ja, was ist wärmend, was ist kühlend, was ist neutral, wir schauen die verschiedenen Geschmacksrichtungen an und so wissen wir einfach, wenn jemand viel Kälte in sich trägt, wir brauchen da jetzt den Gegensatz davon, ja, also mehr Wärme, das heißt, derjenige muss anfangen, morgens heißes Wasser zu trinken oder warmes Wasser mit Zitrone, derjenige muss generell den Tag über viel warmes Wasser trinken, morgens ein warmes Frühstück, zum Beispiel Porridge oder eine Suppe, ja, hier ist es so ein bisschen unüblich, morgens mal eine Suppe zu essen oder Curry oder sowas, aber in Indien oder auch in den ganzen asiatischen Ländern ist das ganz üblich, dann braucht der wirklich auch mehr, man kann sich vorstellen, das ist so ein luftig, leichter Typ und er braucht jetzt mehr erdende Dinge, das heißt Wurzelgemüse, Kürbis, Pastinake, das alles, was jetzt gerade auch Saison hat und wirklich gesund ist, das sind die Dinge, die diesen Typen so ein bisschen ausgleichen können und eben mehr von der Wärme in den Organismus einfach bringen und wichtig sind auch wirklich regelmäßige Mahlzeiten, dass man drei regelmäßige Mahlzeiten am Tag hat, eventuell auch mal eine Zwischenmahlzeit und dass man da so ein bisschen Rhythmus, ein bisschen Ruhe reinbringt und vor allem wirklich diese wärmenden Dinge und auch Gewürze, ja, gerade diese Gewürze, die wir jetzt auch in der Weihnachtszeit hier kennen, die ja auch außerhalb von der Weihnachtszeit eine große Rolle spielen, also wärmende Gewürze, wir haben jetzt hier Zimt, wir haben Muskat, ja, wir haben die Nelken, wir haben den Ingwer, der super ist, auch für das Vata-Dosha, merkt man ja auch, wenn man Ingwer zum Beispiel mal kaut, da wird einem wirklich warm, ja, weil der wirklich Hitze in sich hat und Schärfe mit sich bringt und das sind alles Dinge, die sehr wichtig sind, um zum Beispiel das Vata-Dosha, ich sag mal zu, nicht zu provozieren und eher zu beruhigen und auch wenn man jetzt jemanden hat, der viel Pita hat, ja, das heißt, der viel Hitze in sich trägt, das sind meistens Leute, die so ein bisschen mehr Rohkostanteil auch vertragen, wo es wichtig ist, dass sie, wie gesagt, auch viel von den Bitterstoffen auch in, also in der Ernährung haben, ja, da guckt man dann auch nochmal so ein bisschen anders. Und was für uns alle aber irgendwo gilt, ist, dass wir uns so ein bisschen nach der Natur richten, das heißt, jetzt gerade sind wir in der Vata-Zeit und wir alle müssen darauf achten, eher Vata-reduzierend uns zu ernähren oder auch so ein bisschen so einen Lebensstil zu führen. Das heißt, momentan ist es einfach wichtig, wenn man jetzt einen Saisonkalender zu Hause hat oder das auch immer googelt, sieht man, dass diese ganzen Vata-reduzierenden Gemüsesorten jetzt Saison haben, das heißt, das ganze Wurzelgemüse, ja, das sind alles Dinge, das heißt, in der Natur sind diese Prinzipien auch schon da, das sind alles Dinge, die wärmende Eigenschaften haben und die wir nämlich, wie gesagt, dann auch wunderbar in unser Leben integrieren können. Mehr Suppen jetzt, mehr Eintöpfe. Wenn man wirklich jetzt auf seinen Körper hört, dann merkt man so einen warmen Porridge am Morgen oder so eine Suppe am Abend, das tut mir eigentlich viel besser, als irgendwie nur irgendwas Trockenes oder Kaltes zu essen und stärkt meine Verdauung auch viel mehr. Ja, das ist richtig interessant und ich habe mich da am Anfang natürlich auch total wiedererkannt bei dem letzten Jahr, da war es halt wirklich immer so, dass ich immer jeden Tag auch im Winter so Sommerrollen gegessen habe, gefühlt und ich war auch immer viel laufen und alles und ich hatte jetzt Anfang des Sommers eine Verletzung, eine Fraktur, da musste ich dann fünf Monate eine Sportpause machen und ich habe auch total gemerkt, wie vor allem dann in der kühleren Jahreszeit so, wie mir dann so ein Porridge richtig gut getan hat und die Sommerrollen halt irgendwie gar nicht mehr und das finde ich dann eben total interessant, wie das halt alles so zusammenhängt und ich finde diesen ganzheitlichen Aspekt auch richtig schön und dass man halt versucht eben mit der Natur im Einklang zu leben, weil man da dann immer das Richtige eigentlich schon hat und im Sommer da sind dann ja auch so Gemüsesorten wie zum Beispiel Zucchini, Gurken oder so in Saison, die man dann ja sowieso roh isst und dann ist der Rohkursanteil da ja vermutlich dann höher und wie man einfach so einfach sich total an die Jahreszeiten anpasst. Ich finde das ja richtig, richtig schön und noch eine Frage, weil Ayurveda kommt ja aus Indien und du meintest schon am Anfang, das kann man aber auch super gut jetzt hier in Deutschland praktizieren. Wie macht man das dann zum Beispiel, wenn man nicht jetzt diese indischen Lebensmittel zur Verfügung hat? Also wie gesagt, was ja so ein Grundprinzip vom Ayurveda ist, ist, dass man immer schaut, wo lebe ich? Ja, also wo lebt der Mensch, den ich berate oder wo lebe ich jetzt? Und was hat da gerade in diesem Land zu der Zeit, wo ich hier lebe, Saison? Ja, das heißt, es ist in Indien schon mal sind das ganz andere Dinge oder auch, wenn ich irgendwo in Spanien lebe oder irgendwo in der Karibik, dann sind das ganz andere Dinge. Das heißt, jemand, der jetzt die ganze Zeit im Warm lebt, natürlich kann der mehr die ganzen Smoothie Bowls und weiß ich nicht, was man da überall immer sieht, essen, weil es ist ja auch warm draußen, klar. Wenn ich aber jetzt jemanden vor mir habe, der irgendwo lebt, wo es momentan irgendwie drei Grad sind und es nachts auch friert und der hat vielleicht auch noch viel Stress in seinem Leben, dann kann der nicht den ganzen Salat und Smoothies trinken. Das wird einfach irgendwann, wie gesagt, das Waterduscher zu sehr provozieren. Und so schaut man einfach, wie gesagt, was hat denn gerade hier Saison und integriert das dann in mein Leben. Das muss jetzt nicht hauptsächlich sein, man kann auch ein bisschen andere Dinge dann auch mal einkaufen, aber dass ich grundsätzlich schaue, dass ich eben im Winter dann mehr koche, weil es draußen kalt ist, das sind wirklich so diese ganz einfache Dinge, die man mit dem, ich sag mal, mit dem normalen Menschenverstand schon verstehen kann, ohne dass man jetzt Ayurveda studiert haben muss. Das heißt, es ist kalt, ich brauche mehr wärmende Dinge. Im Sommer ist es draußen warm, ich brauche mehr kühlende Dinge. Das heißt mehr dann Rohkost, grüne Dinge, Blattgemüse, alles, was wir dann auch in der Natur vorhanden haben. Und so kann man das schon gut integrieren. Und vor allem auch wieder so ein bisschen zurück zu dem kommen, was mir mein Körper auch sagt. Das heißt, in Verbindung stehen mit den Signalen vom Körper. Wann habe ich Hunger? Wann bin ich satt? Wieder geht es nämlich nicht nur um dieses Was esse ich? Weil wir konzentrieren uns immer ganz viel Was esse ich? Sondern auch, wie esse ich? Ja, esse ich in einer angenehmen Umgebung? Esse ich während einem Streitgespräch? Ja, auch die ganzen Emotionen, die wir nämlich während dem Essen zu uns nehmen. Das sind einfach Dinge, die, ja, die das einfach, die die Verdauung nicht gerade stärken. Ja, oder kaue ich genügend? Und auch, wenn man jetzt mal von der Ernährung weggeht, ist es auch bezogen auf die Bewegung. Wenn ich sowieso schon super viel Stress und Unruhe in meinem Leben habe, dann muss ich nicht auch noch irgendwie ständig einen Marathon rennen und ins Fitnessstudio rennen, sondern dann kann ich vielleicht eher mal schauen, tut mir denn vielleicht jetzt so ein Yin-Yoga vielleicht mal ganz gut? Ja, oder ein Spaziergang in der Natur, um mich einfach so ein bisschen zur Ruhe zu bringen. Ja, und das ist eigentlich diese Körperintelligenz, die auch in uns irgendwo steckt, was unser Körper auch eigentlich schon sagt, wo wir aber wieder einen Zugang zu finden müssen. Ja, ja, super interessant und noch eine Sache, die halt oft auf Ernährungsbasis, sage ich jetzt mal so, ist, ist, dass in Ayurveda ja oft ganz viel mit Ghee gemacht wird, also mit Butter rein, Fett und das ist ja natürlich dann nicht vegan, aber du zeigst ja auch, dass es vegan geht. Kann man das dann irgendwie ersetzen oder braucht man das gar nicht oder warum spielt das überhaupt im Ayurveda so eine große Rolle? Also, wenn du jetzt wahrscheinlich einen richtig eingefleischten Ayurveda-Arzt fragen würdest, der würde sagen, nee, also Ghee ist praktisch das Gold im Ayurveda und das geht auf gar keinen Fall, wenn man das weglässt. So habe ich das teilweise auch in meiner Ausbildung gelernt, aber ich bin ein großer Freund davon, Dinge zu hinterfragen und wie gesagt, Ayurveda ist sehr, sehr alt und in den alten Schriften in der Shara Kassanita zum Beispiel, also wo der Ayurveda unter anderem auch herstammt, wo das ganze Wissen auch festgehalten worden ist. Da stehen zum Beispiel rund um das Thema Milch und Ghee, also Ghee ist geklärte Butter, wird meistens sehr, sehr gut vertragen, das muss man dazu sagen, weil da wie gesagt keine Laktose und kein Milcheiweiß mehr drin ist, weil es nicht sehr lang gekocht wird und da steht dann zum Beispiel auch wirklich drin, wenn man so eine Kuh eben dann hat, also man muss dazu sagen, in Indien ist die Kuh ein heiliges Tier, das heißt, die meisten halten die im Garten, ja die erste Milch gehört dem Kälbchen, die hat wahrscheinlich in dem Leben noch nie so etwas wie Massentierhaltung, geschweige denn sonst irgendwas in der Richtung gesehen und das heißt, es ist eine komplett andere Qualität als das, was wir heutzutage haben. und weil wir im Ayurveda auch der Meinung sind, dass die Emotionen, die das Tier zum Beispiel beim Schlachten oder im Leben einfach erfahren hat, die sind natürlich auch irgendwo in dieser Milch gespeichert und so bin ich mir relativ sicher, würde auch so ein ganz alter, damaliger Ayurveda-Arzt, wenn der die heutigen Bedingungen sehen würde, wahrscheinlich auch die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, nee, ist auf gar keinen Fall und deswegen bin ich der Meinung, ist, wie gesagt, wenn sie Ayurveda isst, hauptsächlich ist es nicht rein vegetarisch, aber es wird überwiegend eine vegetarische Ernährung empfohlen und Milch wird ja, da gibt es sehr, sehr viele Regeln, das heißt, wenn man eben Milch zu sich nehmen sollte, müsste das die beste Qualität sein, weg von allen anderen Lebensmitteln, weil sie schwer verdaulich ist und verschleimt wirken kann, das heißt, die muss dann warm gemacht werden, mit Gewürzen angereichert werden, aber von was der Ayurveda gar nicht spricht, ist von Käse, von Joghurt, von allen möglichen Milchprodukten, die wir so kennen und eben beim Gieße ist es eben so, dass man da eben sagt, es hat eben ganz tolle Wirkungen bezüglich auf den Körper und wie gesagt, ich bin aber der Meinung, dass heutzutage auch die Wissenschaft, dass man einfach weiß, dass Milchprodukte auch eher eine entzündungsfördernde Wirkung haben und wie gesagt, die Qualität bei weitem auch nicht mehr so gut ist und deswegen bin ich der Meinung, kommt man auch wunderbar ohne zurecht und ich mache das selbst bei mir, also lebt das ja auch so, man kann den Ayurveda auch wunderbar vegan umsetzen und das ist das Schöne beim Ayurveda, weil der Ayurveda ist eigentlich gar nicht so dogmatisch, wie wir die meisten Menschen eigentlich sind oder die verschiedenen Ernährungsweisen, sondern man kann Ayurveda leben und meinetwegen eine Low-Carb-Ernährung verfolgen, man kann Ayurveda leben und sich irgendwie ketogen ernähren, auch wenn das jetzt vielleicht nicht so empfehlenswert ist, man kann Ayurveda leben, wenn man eingesessener Fleisch isst, man kann Ayurveda aber auch leben, wenn man sich vegan ernährt und so gibt es einfach diese Grundprinzipien, die man einfach individuell anwenden kann und man kann wunderbar zum Kochen, zum Backen, kann man Sesamöl verwenden, man kann Kokosöl verwenden, ein gutes Olivenöl und das sind auch alles Dinge, die man gut integrieren kann und so wird das auch nochmal bei den Doshas dann auch nochmal differenziert, das heißt, wenn ich jemanden habe, der viel Vata in sich trägt, der braucht mehr Fette als jetzt jemand, der mehr Pita und Kaffa in sich trägt, weil die von Natur aus meistens schon so ein bisschen mehr Fette auch Fett in sich tragen und die brauchen das nicht mehr ganz so, also jeder braucht genügend Fette in der Ernährung, aber nicht so ganz so, wie zum Beispiel jemand, der viel Vata in sich trägt, weil da einfach mehr Trockenheit, mehr Kälte und so weiter ist und der von der Grundkonstitution dann auch ein bisschen mehr braucht und das kann man dann auch mit anderen Ölen, also Sesamöl hat zum Beispiel auch eine wärmende Wirkung, damit kann man dann auch kochen, das kann man auch gut erhitzen und dann auch die ganzen Nüsse, und Samen, ja, die enthalten ja auch viele gute Fette und so kann man das auch wunderbar dann da integrieren. Ja, und du hast ja auch schon zu Anfang gesagt, dass Ayurveda so das älteste Medizinsystem der Welt ist und deshalb ist es ja klar, also wir leben ja nicht mehr so, wie vor über 2000 Jahren, deshalb ist ja klar, dass man das auch dann anpassen kann und das zeigst du ja auch in deinem Buch Modern Ayurveda total gut, ich meine, das erkennt man ja schon allein am Titel und eine Sache, die ich dich jetzt noch fragen möchte, ist, also du hast am Anfang oder du hast vorhin schon angesprochen, dass jetzt in der kalten Jahreszeit, dass es jetzt gut ist, wenn wir viele erwärmende Lebensmittel zu uns nehmen, wenn wir diese ganzen Gewürze wie Zimt, Muskat, Nelken und so einbauen, einbauen, was kann man aber sonst denn aus der ganzheitlichen Perspektive jetzt noch so machen, um halt gut und gestärkt, sag ich jetzt mal, durch den Winter zu kommen? Also was ganz wichtig ist im Ayurveda, sind wirklich Routinen und so gewisse Regelmäßigkeiten, das ist, wenn man jetzt den Herbst und den Winter anguckt, dann ist es eigentlich mehr eine Zeit, auch wenn wir jetzt die Natur anschauen, des Rückzugs, der Ruhe und so ein bisschen der Innenschau und der Rückkehr, das heißt, das ist jetzt eigentlich nicht die Zeit, um die ganze Zeit ganz viel Action zu haben und sich zu überanstrengen, das heißt, klar, wir leben natürlich heute in einer Zeit, da kann sich keiner irgendwie in den Winterschlaf begeben und irgendwie mal sagen, dann bis in vier Monaten, sondern wir leben natürlich heute in einem, eingebettet einfach in einem sozialen System und jeder hat irgendwie einen Job und so weiter, aber was jeder schon auch irgendwo machen kann, ist so gewisse Regelmäßigkeiten und Rhythmen in den Alltag zu bringen, ja, das heißt, sich so ein bisschen auch an diesem Tag-Nacht-Rhythmus orientieren, nicht erst nachts um eins ins Bett gehen und dann irgendwann aufstehen, wenn es entweder schon viel zu spät ist oder man bekommt nur fünf, sechs Stunden Schlaf, sondern da wirklich darauf achten, dass man wirklich deutlich vor Mitternacht ins Bett geht und dann auf seine acht Stunden Schlaf auch kommt, ja, das ist etwas, was ganz unterschätzt wird, wo man aber auch schon sehr viel mitmachen kann. Dann sich eine kleine Morgenroutine aneignen, nicht direkt ganz gestresst, in den Tag starten, sondern morgens so ein paar Dinge machen, die einem gut tun, die einem so ein bisschen erden, ja, mal ein wenig ein bisschen journalen in einem, in einem, in einem Journal, in einem kleinen Buch oder ein bisschen Yoga machen, meditieren, ja, sich die Zunge schaben, Öl ziehen, das sind auch alles Dinge, die empfohlen werden und dann morgens mit einem warmen Frühstück in den Tag starten. Wenn man das macht, hat man schon super viel gemacht. Und was man auch wunderbar jetzt machen kann, ist, dass man sich ein bisschen Sesamöl warm macht, dass man das so einmal die Woche, also ganz streng wird das im Agile fast auch täglich empfohlen, aber ich mache es selber auch irgendwann so einmal die Woche und das ist wirklich wunderschön, dass man sich Sesamöl ein bisschen warm macht, in einem Wasserbad und dass man da einmal den ganzen Körper wirklich mit warmem Sesamöl einreibt und das ist wie so ein Akt der Selbstlieber, das ist richtig schön und vor allem hüllt es den Körper in so einem richtig so warmen Schleier praktisch ein und das lässt man dann eine halbe Stunde einziehen und danach duscht man das ab, weil das auch so richtig medizinisch auch milkt, der auch so ein bisschen die Giftstoff aus dem Körper zieht und trotzdem den Körper mit viel guten Fetten, die Haut, die ja jetzt auch eher zu Trockenheit ist, versorgt. Und ansonsten, was auch wunderbar ist, wie gesagt, beim Trinken, beim Ayurveda wird sehr gerne warmes Wasser geempfohlen, ja, dass man den Tag über viel warmes Wasser trinkt, dass man morgens dann abkochen kann, in eine Thermoskanne füllen kann und dann den ganzen Tag über warmes Wasser trinkt, ja, einfach mal ausprobieren, viele denken am Anfang so, oh, warmes Wasser, aber wenn man sich da dran gewöhnt hat, ist das wirklich wunderbar und stärkt auch wirklich die Verdauung, ist auch wunderbar, wenn man so einen Gnehbauch hat oder wie gesagt, viel friert, dann ist das wirklich etwas, was dem Körper richtig Energie geben kann und wenn es nur ein Glas heißes Wasser morgens zum startenden Tag ist, ja, einfach mal ausprobieren. Und bei der Ernährung, wie gesagt, jetzt mehr warme und gekochte Speise, das heißt Suppen, Eintöpfe, Ofengemüse, die ganzen Gewürze, die wir jetzt in der Weihnachtszeit auch haben, sich immer mal wieder auch so einen Ingwertee machen mit frischem Ingwer. ja, jetzt in der Erkaltungszeit, das ist auch super, wie gesagt, wirklich Ingwer auch zu integrieren, weil er so eine antibakterielle, antivirale Wirkung auch wirklich hat. Ja, mit Kurkuma ist auch immer super, da einiges zu machen. Ja, so eine goldene Milch mal am Abend zu trinken, vielleicht noch eine Prise Muskatnuss drin, weil das so eine beruhigende Wirkung dann auch auf das Nervensystem hat. Also da kann man wirklich eine ganze Menge machen und wirklich insgesamt gut für sich zu sorgen in der Zeit. Ja, danke dir, da waren jetzt ja richtig viele Tipps dabei, die man auch einfach umsetzen kann. Danke dir auf jeden Fall dafür. Gerne. Ich habe immer noch drei Abschlussfragen und die allererste, die ist, was ist dein Lieblingsessen? Mein Lieblingsessen, momentan liebe ich Curries, wobei ich sie nicht so scharf mag, also ich esse nicht so gern super scharf, aber so ein mild gewürztes Curry mag ich super gerne. Ich liebe auch alles, was mit Kartoffeln ist. Ja, also mag super gern Gemüse. Ich esse, wie gesagt, nicht so gern super für Rohkost, vor allem im Winter, aber alles, was jetzt so Suppen eintöpfen, mein Buch ist so eine Maronen-Cremesuppe, die liebe ich über alles, die könnte ich jeden Tag essen. Ja, genau, das esse ich gerne. Voll lecker. Was magst du an dir am meisten? Was mag ich an mir? Am meisten. Also ich glaube, was ich sehr gerne mittlerweile an mir mag, ist, dass ich sehr daran gearbeitet habe, an mich zu glauben, an meine Fähigkeiten zu glauben, weil oft glaubt man ja an alle möglichen anderen Menschen und nicht an sich selbst. Das ist etwas, was ich sehr an mir mag und dann mag ich an mir auch, dass ich sehr daran arbeite oder das Gefühl habe, dass ich auch jedem Menschen versuche, mit einem offenen Herzen zu begegnen und weg von diesem immer alles bewerten zu wollen komme. Und ansonsten, ja, mag ich an mir eigentlich auch, dass ich dieses, was ich am Anfang schon mal gesagt hatte, dass ich, wenn ich mir ein Ziel vorgesetzt habe oder beziehungsweise mir was in meinem Mind, also in meinem Geist kreiert habe und einen Wunsch habe oder ein Ziel habe, dass ich das dann auch erreiche, weil ich es mir einfach vorgenommen habe und der Meinung bin, wenn man es sich ja träumen kann, dann kann man es auch erreichen. Das sind drei richtig, richtig schöne Dinge und wenn du so erzählt hast, da habe ich so direkt ein Lächeln auf den Lippen bekommen. Das war richtig schön und auch wie du meinst, dass du jetzt das Selbstbewusstsein in dich hast. Das hat mich einfach total gefreut und das war richtig, richtig schön, dass du das jetzt mit mir und dann auch mit den ganzen Hörern und Hörerinnen geteilt hast. Wofür bist du jetzt gerade dankbar? Oh, da könnten wir wahrscheinlich eine ganze Podcast-Folge drüber haben. Sehr, sehr viel in meinem Leben. Also ich bin unglaublich dankbar für meine Gesundheit. Also jeder, der mal die Gesundheit verloren hat, weiß, was es bedeutet, wenn man sie wieder zurück hat und es einem gut geht. Dafür bin ich jeden Morgen, wenn ich aufstehe, aufs Neue sehr verdankbar. Ich bin unglaublich dankbar für meine Familie, für meinen Freund. Ich bin sehr dankbar für das, was ich jeden Tag machen kann. Ich liebe meinen Job über alles, dass ich Menschen zu einem gesünderen Leben und auch zu so einer Reise zu sich selbst auch irgendwo begleiten darf. Ich bin dankbar für jetzt aber auch irgendwo den Herbst und Winter, weil ich auch die Saison sehr gerne mag, die Jahreszeit. Ich bin dankbar für das ganze leckere Essen was ich jeden Tag tun kann. Ja, ich bin dankbar für meinen Körper. Also ich bin für so viele Dinge dankbar. Richtig, richtig schön. Aber belasse ich es mal, sonst sitzen wir noch eine halbe Stunde. Und wenn ich jetzt jemanden kontaktieren möchte oder einfach generell so ein bisschen mehr über dich herausfinden möchte, wo kann man dich dann am besten erreichen beziehungsweise finden? Also ihr findet mich eigentlich überall unter Tasty Katie. Also ihr könnt gerne auf meinem Blog mal vorbeischauen www.tastykaty.com Da findet ihr ganz viele leckere, vegane, glutenfreie, zuckerfreie, also industriezuckerfreie Rezepte, die alle eben so ayurvedisch angehaucht sind. Und ihr findet mich aber auch auf meinen, auf den Social Media Kanälen, also Instagram und Facebook überall, auch YouTube unter Tasty Katie. Ansonsten gibt es wie gesagt auch mein Buch Modern Ayurveda, das letztes Jahr rausgekommen ist mit über 100 veganen, glutenfreien, zuckerfreien ayurvedischen Rezepten und wo ich am Anfang da ist auch ein Konstellationstest drin und ganz viele Grundlagen zum Thema Ayurveda eben auch erläutere. Und ja, ich habe auch einen Podcast, natürlich gesund. Genau, den findet ihr auch bei Apple, YouTube, Spotify und ja, ich glaube, das war es erstmal. Ja, also beim Podcast, da hast du ja jetzt schon fast 100 Folgen also da ist sehr, sehr viel Wissen über Ayurveda gesammelt, also falls ihr euch weiter damit beschäftigen wollt, dann kann ich euch den echt nur ans Herz legen, wenn ihr auch dann so gerne Podcasts hört, ja, weil da echt sehr, sehr viel Wissen schon über Ayurveda generell gesammelt ist. Danke dir für das Gespräch, das war total interessant und aufschlussreich und ich bin mir sicher, dass man, dass alle viel Neues für sich mitnehmen konnten und ja, danke für deine ganzen Tipps auch jetzt für die kalte Jahreszeit und haben noch einen guten Tag. Ja, vielen Dank, sehr gerne und danke für die Einladung. So, das war jetzt mein Gespräch mit Katharina. Ich finde, da waren sehr, sehr, sehr viele Infos dabei und dass es richtig, richtig spannend war. Ich finde, diesen Ansatz einfach in Einklang mit der Natur zu leben und sich an die Prinzipien der Natur zu halten, mega, mega spannend und ich finde einfach, dass das jeder von uns so ein bisschen mehr machen kann und damit dann auch schon so ein bisschen Ayurveda lebt. Wie gesagt, ich kann euch Katharinas Podcast nur ans Herz legen, da sind echt so, so viele Infos schon gesammelt und der ist auch richtig, richtig spannend und da findet ihr zu spezifischen Themen dann halt auch schon eine ganze Podcast-Folge zum Beispiel zu der Morgenroutine, zu den sechs Geschmacksrichtungen, aber auch zu ein bisschen anderen Dingen, zu dem Problem der heutigen Zeit wie zum Beispiel Ayurveda im Schichtdienst. Also super spannend, schaut auf jeden Fall mal vorbei. Ich hoffe sehr, dass euch die Folge gefallen hat. Wenn ja, dann hinterlasst mir sehr, sehr gerne einen Kommentar bei Apple Podcasts oder auch ein Abo bei allen Streaming-Plattformen, wo auch immer man das machen kann. Ich freue mich natürlich immer auch über Feedback bei Instagram, da findet ihr mich unter lehn.alini, also lehnalini. Falls ihr das noch nicht wisst, dann könnt ihr da mir immer auf jeden Fall gerne schreiben, mir berichten, wie euch die Folge gefallen hat, ob ihr was Neues gelernt habt oder auch generell Themenwünsche dalassen. Ich freue mich immer darüber und ich wünsche euch jetzt noch eine ganz, ganz schöne Restwoche, ein schönes Wochenende dann auch. Ich hoffe, es geht euch allen gut und wenn ihr jetzt so struggelt mit der kalten Jahreszeit, dann versucht doch mal so ein paar Tipps von Katharina umzusetzen, vielleicht die goldene Milch am Abend oder auch mal die Massage, sage ich jetzt mal mit dem Sesamöl, sich da einfach mal gut einreiben und das dann einziehen lassen und auch der Haut so ein bisschen Liebe zu geben und packt euch sonst einfach immer ganz dick ein, wenn ihr rausgeht, zieht euch Kuschelpullis an, zündet Kerzen an, dann wird das schon alles. Passt auf euch auf und macht's gut und ich hoffe, wir hören uns dann wieder nächsten Donnerstag. Ciao! Ciao! Ciao!